Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Elfmeterschießen, eine weitere Elfmeter-Challenge zusammen mit Jan. Hi! Hi! Und zwar spielen wir hier im WM-Modus natürlich mal wieder ein Elfmeterschießen, wo wir nur die Torhüter spielen dürfen, also nicht selber schießen. Das hatten wir auf meinem Kanal noch nie, aber auf Jans Kanal hatten wir da schon zwei Folgen von. Also unbedingt auch bei Jans Kanal vorbeischauen, rechts um meinem i und da auf jeden Fall auch mal abonnieren, wenn wir werden natürlich noch ein paar Elfmeterschießen machen in der nächsten Zeit. Das kommt mega gut bei euch an, deswegen werden wir da noch ein, zwei machen. Freut euch da auf jeden Fall drauf, wir haben auch letztens eins in PES gemacht, jetzt machen wir eins in FIFA, eben hier WM. Ich spiele Uruguay, Jan spielt Frankreich und ja, wie gesagt, nur die Torhüter, ich bin gespannt, was das wird. So Leute, das erste Spiel und wir haben mega Fehler gemacht, also ich muss mich entschuldigen, wir wollten ja nur die Torhüter spielen und wir haben das vergessen gerade auszuwählen und das ist nicht geil. Aber ihr habt euch das ja auf jeden Fall auch schon mal gewünscht, dass wir auch selber schießen und das werden wir halt jetzt im ersten Spiel machen. Die anderen beiden, wir machen ja drei Elfmeter-Spiele hier in der einen Folge. Ja, wir machen drei Spiele ja immer pro Folge und ja, dann machen wir halt das erste jetzt mit selber schießen und die anderen beiden dann nur Torwart. Also da haben wir gerade nicht drauf geachtet, da hatte ich mich gerade mit was anderem beschäftigt. Das tut mir leid und Jan auch. Ähm, ja, aber wie gesagt, kein Problem. Jan ist ein absolut krasser Schütze, ich bin zwar auch nicht viel besser, aber ja, ich hab schon den ein oder anderen besser geschossen als er. Ja, naja, du bist absoluter Profi. Ich bin absolut kacke. Ich hab' ich schon mal gehalten. Oh, scheiße, also... Könnte schwer werden. Alter. Das ist jetzt aber gar nicht so mein Elfmeter-Spiele. Das ist, nee, das ist nicht so krass gerade, das ist blöd. Also ein Only-Torwart ist in FIFA auf jeden Fall besser, vor allem, wie gesagt, weil Jan nicht so krass ist. Macht Spaß auf jeden Fall Only-Torwart zu spielen, aber ja, Jan, wie gesagt, ist ja nicht der krasseste Profi. Und da steht schon 3 zu 2, wenn ich... äh, 3 zu 1 immer noch, meine ich. Wenn ich jetzt treffe, dann hab ich schon gewonnen. Und, äh, das hab ich auf jeden Fall vor, ne? Nee. Alter, warum springt der nicht? Ich hab da hingedrückt. Ohne Wins. Nice, FIFA! Yes, wir haben gewonnen, das erste Spiel, und beim nächsten Mal, wie gesagt, Only-Torwart. Sorry dafür, aber... Jetzt kann ich aber zum Glück darauf schieben. Ja, jetzt kannst du darauf schieben, ja, das ist nice. So, 2. des Elfmeterschießen, jetzt sind wir nur die Torhüter, wie geplant. Und, äh, schießen nicht selber. Also, wenn ihr jetzt denkt, Alter, wie schlecht schießen die denn? Das sind die Bots. Ähm, das sind nicht wir. Ich bin England, und, äh, Jan ist Spanien. Hier mit dich her, der den ersten nicht hält. Ja, guck, das lautet schon viel besser. Ja, die Bots schießen halt scheiße. Nee, das war eigentlich krass halt nicht. Ja. Komm schon. Jawoll. Ähm, Mann, ey, ich dachte jetzt, England, also, Spanien ist schon ein bisschen besser als England, manchmal, ne? Aber, ich dachte, einfach mal England, du hast schon 2 gehalten, what? Ziemlich verarschend Spiel. Ja, auch einen gehalten. Die schießen aber auch scheißegal, also... Nee, die schießen nicht so gut. Englander schießen nicht so gut. Junge! Sag mal, die haben überhaupt keinen Bock zu gewinnen, oder? Also, ich erinnere mich an die FIFA-Challenge auf meinem Kanal. Da haben die beim zweiten, ne? Müsste vorbei ja schon. Da war auf jeden Fall... Das war... Ja, das war auch das zweite Spiel. Also, wir haben ja Bayern schon aufgenommen, endlich mal einer drin. Äh, wir haben Bayern schon aufgenommen, und der ist das zweite auch kacke. Irgendwie vom... vom Schießen her. Ich bin sogar da hingesprungen, er hat verschossen. Alter, okay, das ist gerade... Jetzt ist wieder 1-1. Jetzt ist wieder 1-1 ausgeglichen. Gott the fuck. Ja! Was? Ich hatte vorhin sogar die Richtung, also... Die springen immer scheiße, genauso wie jetzt, also man merkt's. Das ist so unfair. Der springt entweder gar nicht oder scheiße. Komm, jetzt Sieg! Gewinn! Jawoll! Alter. Wie geil. Das ist so gut gestartet. Ja, finde ich auch. Jetzt noch eine 2-0. Ist der zweite Sieg für mich, ne? Oder bin ich gerade doof? Ja. Das ist der zweite Sieg für mich, also heute ist ein 3-0 drin. Übrigens, Überraschung, schaut mal bei Jans' Video vorbei. Da war es auch krass. War ein geschummeltes, das ist es bis jetzt. Das ist ja alles... Bis jetzt ist es geschummelt. Ne. Ach doch. Das ist es ja. Jetzt werde ich den letzten noch gewinnen, also da musst du mich vom Schummeln abhalten, ja. Letztes Spiel, Leute, Island gegen Australien, mal ein bisschen schlechterige Mannschaften, obwohl sie natürlich auch echt gut sind. Und meine Mannschaft, sollte das hier gewinnen, dann hätte ich wieder ein 3-0. Das wäre schön. Junge, streik doch den Arm aus, dann kriegst du ihn. Komm, komm, komm. Ja, Alter, wie spät springt der? Ja, die Teurer sind halt auch nicht gut jetzt, ne. Die Schützen, guck dir die an, wow. Das ist so irgendwie auch... Also, ich würde dir den Ehrenpunkt gönnen, ne. Aber, ja. Würdest du auch feiern, wenn ich, ja, verliere. War, die haben schon zwei verschossen, ich habe noch keinen gehalten. Das, ähm... Könnte böse ausgehen, jetzt verschießt er auch. Komm, bitte. Ja, Alter, was ein Glück. Was kann nicht wahr sein? Was, ein Glück. Das ist schon heftig. Schon wieder so ein Ding. Ich habe sogar nach rechts gedrückt und der springt wieder nicht. So gesehen, dass das so ein richtiger Kackschuss wird. Ich habe aber nach rechts gedrückt und es wird ja nicht gesprungen. Komm, wenn du jetzt triffst, Kollege. Nein. Jetzt muss ich halten. Ich muss halten, sonst hast du hier gewonnen. Wenn ich halte, dann kommen wir dran. Ja, der geht an den Pfosten. Ich bin in die falsche Ecke gesprungen und der geht an den Pfosten. Jetzt kannst du es wieder versauen, indem du nicht gut schießt. Ja. Trotzdem kannst du es versauen, weil du kannst es jetzt gewöhnen. Haha. Fuck. Du bist nicht mal gesprungen. Alter, was ist das? Siehst du das auch unten links mit dem Schuss? Ja, ich sehe es. What the fuck? Der ist aufgeregt. Wir sind beide gleich schlecht. Das hat mich gerade mega verwirrt. Ich hatte schon meinen Schussball. Das war ich. Junge, er ist ein Bob. Junge, guck mal, wie viele verschossen haben. Sind von sieben Elfmetern, sind zwei. Sag mal. Von sieben oder acht Elfmetern. Jetzt haben die insgesamt jeweils zwei getroffen. Kannst du mal treffen, bitte? Danke. Alter. Alter. Was fing die eigentlich immer für so einen dummen Bogen, ey? Komm, bitte halt jetzt oder verschießt. Guck mal, wie er anläuft. Yes. Richtig nice. Also dieses Elfmeterschießen war ja kurios hoch 10, Leute. Jetzt könnt ihr bei Jan vorbeischauen. Unbedingt. Auf jeden Fall lohnenswert. Und ja, bewertet das Video mal. Könnt kostenlos abonnieren bei beiden Kanälen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. 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 Ciao.